hallo freunde sky youtube sports willkommen hier wir hatten ja jetzt hier so jetzt habe ich aber jetzt zu feiern aha hat auch nie auch erfolgreich ab und hier rennt wieder okay ja warum so moment ich will mal nach einem kleinen waffen upgrade gucken so genau war dass die 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 habe ich die zweimal sturmgewehr da sturmgewehr genau ich will irgendeine erweiterte alternative weiter und wie sie laser zielsystem ja dann kann man wahrscheinlich besser schießen was ist das ja komm eine verschlechterung feuerkraft dieses so noch ein drin okay dann gehen wir mal wieder zurück schrotflinte unterlauf schrotflinte mit mittlerer kapazität bietet bei mit leuten machen eine nahkampf an der die okay ja die frage ist wie funktioniert die schauen wir mal ob das dann links rechte maustaste drücken ist so fortsetzen wir müssen das beenden schieße auf die treibstoff behälter okay erschießt mit beiden momenten dann müssen wir mal die waffe wechseln schrotflinte welcher war das die sekund die haben wir doch moma okay das wollte ich jetzt nicht haben er lässt sich da hinten abschießen ist ja auch ein holzkopf aber jetzt schießt auf mich aber jetzt ist fertig so 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 ops alter von hilton wie sind wir mir vorbeigelaufen x7 so ja ja Sister jahre läuft ich würde ja sagen so uah weiß ich heute S拱ambel ko ist ist hat jetzt muss ich das jetzt habe ich doch hat er so weit behalten aber warum zeigt er mir das er steht da und wartet auch das ja ja nein oder weil ich will das erst geht er hoch mensch wir müssen das beenden warte jetzt will ich mir aber erstmal ja ja gleich aber obwohl ich freundlich drauf geschossen ist das jetzt nein dieses auch nicht welche scheiß waffe habe ich der folge tun verdammt noch mal ja er lässt sich wieder abballern jeder mal rüber du bist ja immer noch nicht oben drauf so der kammer ja ja gleich gleich moment mal ja ich weiß nicht wie sich die waffe macht ich lasse jetzt nehmen jetzt ok so jetzt kommt alter ist hängig an dieser scheiß ecke fest ja schießt natürlich jetzt auf mich das war klar wow Alte Drecksau, alter Wild. Alter. Jawohl, Kopfschuss, Digga, Kopfschuss. Los, los. So ist einer auch noch Führerschein. Haben wir es jetzt, ja? Nein, 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 oh. Scheiße. Scheiße. Was hier? Ja. Ausgerechnet dann. aber dabei war das ding platt hier oder ja das steuerung ok nice schluss mit lustig gleich ist los mit lustig ja freunde es ist ja letzte nacht um 10 uhr ins bett gegangen 21 uhr 32 uhr und es ist eine rüstung um 2 uhr war der schlaf vorbei und habe immer noch bezischt dann zum wach werden mal noch ein bisschen film geguckt ja und jetzt haben wir es dann so warte mal 6 uhr 20 steckt jetzt nimmst du mal noch ein bisschen was auf so alles klar kommissar diese waffe ist ja gar nicht mal so schlecht wie ich mir gedacht da so warum er derzeit noch umsteht keine ahnung wir müssen jetzt mal da oben rein hier viel aufsammeln war ja nicht mehr hinten hat mal alles ja wir haben ja kommen was soll es rein da er bleibt er kann teleportieren er heftige hat das von zu gucku geerbt alter fette sache zu machen wir wollen ja keine unangenehme war schon aber ich war dann wahrscheinlich schon die türen zu so ich finde ja geil erst mal recht jetzt dass ihr das so hype dieses alien colonial marines ich finde das auch geil von den sounds und den effekten die namen wurden verwendet aus dem film und so geil absolut mega alter wieso rennt er war so komisch du gehst da rein ich habe jetzt erstmal hier um ob hier nicht irgendwie noch was rum liegt so wie medaille oder memo lockt ich weiß nicht wie oft ich es euch bürokratischen windbeutel noch erklären muss aber die gesamte einrichtung hängt an einem seidenen faden das einzige was noch zwischen uns und diesen ding ansteht wird ein paar tausend volt in einem elektrischen ja 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 gut gästen okay ja wir haben verstanden wenn uns das alien auf dem kopf sitzt ist feierhardt aber jetzt gucken wir mal hier mal rein wie ist das so dunkel ich weiß jetzt haben sie irgendwie in dem spiel schlecht ausgeleuchtet na die ist da hier ist nichts was man wofür auch immer der raum gut sein ist hier man hat nichts was man irgendwie hätte mitnehmen können so und hier pausenraum haben sie tischständisch gespielt hier eventuell hier ist auch nix okay man kann sich hier noch mal öffnen die türen und einmal umschauen und das war es dann gewesen so was haben wir hier der hat nichts der auch nicht hier liegt was sieht zumindest so aus wenn da was liegt zange irgendwelche würmer erdnüsse er redet immer los immer drauf zu das erste gleich ballart kann auch sein dass hier irgendwo aliens wieder sind weil ich mache mal zu und ja auch nie gehst du mal rein was mundschutz ich finde die knarre geil danke amm und das ganze system hat einen kurzschluss kein saft für den sicherheitszaun richtig das schmort alles durch du nimmst die unteren ich arbeite hier oben weil er hat noch dieses smart gun hier und wir kriegen ihn nicht und der ball hat schon die ganze zeit damit rum ich weiß nicht wo er die unendliche munition weg nimmt aber er scheint sich richtig drauf zu haben ich soll jetzt nach unten okay er hat dazu aufgemacht hier oder was ja sie gehe ich darf jetzt ja genau ich lass die türen lassen ich darf mich jetzt wo laufe ich denn jetzt hin jetzt erstmal nach rechts was war das Outro